Musik Also die größte PR-Aktion, ich nenne das immer so, war Herr Jenninger, als er meine mindestens zwei Plakate in der Parlamentarischen Gesellschaft in Bonn abgerissen hatte. Und das war zufällig ein Fernsehteam, seit ich glaube ich vom ORF. Und ein Fotograf, glaube ich. Und das hat also solche Wellen geschlagen. Wir haben damals gezählt, über 500 Zeitungsartikel. Damals rechnete man noch immer an Zeitungsartikel. Von der Pravda bis der New York Times, die das zum Anlass nahmen zu sagen, was ist in Deutschland los, dass da jemand in einer Ausstellung, na sagen wir ruhig, wütet. Und dann bin ich ja auch noch der Jurist. Und dann habe ich gesagt, gut, Sie haben also Ihre Meinungsäußerung freien Lauf gelassen, wie es nicht üblich ist. Wir haben eine andere Kultur, der sich Auseinandersetzung, wer sich verfolgt fühlt, beleidigt fühlt, diffamiert fühlt, und der hat alle Möglichkeiten, juristisch gegen mich vorzugehen. Was, wie gesagt, sehr oft geschehen ist. Aber diese Form der Auseinandersetzung, das wirklich handgreifliche Währends, das wollen wir nicht. und habe ihm eine Rechnung geschickt, über zwei Plakate, je 5 Mark, die hat er nicht bezahlt. Und dann habe ich gedacht, nee, also Ordnung muss sein. Das ging bis zum Versäumnisurteil, das hat er, glaube ich, über 110 Mark dann gekostet, der er bezahlen musste, weil es eben nun mal auch bewiesen war, dass er die hat. Aber ich will das gar nicht so lächerlich machen. Damals war die CDU für mich auch noch ein anderer, ich sage mal ein anderer Gegner. Vor allen Dingen als Franz Josef Strauß kandidierte für das Bundeskanzleramt, dann habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht. Einfach das demokratische Recht ist sich da, gegen zur Wehr zu setzen. Mit demokratischen Mitteln, darauf lege ich immer ganz großen Wert. Ich habe auch nie provoziert, um das Provozierenswillen, wie manche Leute so behaupten. Sondern ich habe immer dann, ja, mit Bildern agieren können. Und Bilder sind immer mal stärker als alles, was wir hier reden. Jemand ist im Fernsehen und deshalb wollen auch alle hin. Und das neue Auffangbecken ist das Netz natürlich. Aber es ist so inflationär, dass sie gar nicht mehr, also, weiß ich, mit 380 Freunden oder mit die Twitterei da irgendwie. Hinter Ihnen hängt ja das Plakat mit Facebook und Google. Sind Sie eben bei Facebook oder ähnlichen unterwegs? Nein, ich habe auch, wenn Sie sehen wollen, ein Steinzeit-Handy mit, was ist denn, mit dem man nur, ich hatte meins verloren oder was, ich hatte so ein Schiebehandy von Samsung oder was, aber auch so ein Bus-Samsung. Wir müssen jetzt 10 Stunden Gespräche, da sind Sie doch hoffentlich eingerichtet drauf. Es ist eine Einladung zu Samsung. Als Speaker, irgendwas hatten die in Baden-Baden eingeschweigert. Und ich hätte mal wirklich mal, ich glaube, 5000 Euro, wo noch arbeiten. Noch nie in meinem Leben hat mir jemand sowas. Und dann sah ich zufällig, ein paar Tage vorher, einen Bericht über Samsung. Was, wie die Leute vergiften, die da arbeiten und was für Arbeitsbedingungen die haben und was für Bedingungen diese hier hergestellt werden. Dann haben wir gedacht, na, tut mir leid, also ich muss da leider absagen, ich kann da nicht aufsetzen. Zwei andere, weil ich sage nicht die Namen, die hatten überhaupt keine Probleme. Die sagten, ja, irgendwie, das ist doch nicht, was sollen wir denn daran ändern in Korea oder was? Also, dieses, ja, wie bleibt man einigermaßen sauber? Einigermaßen. Manchmal bin ich auch versucht, den Müll nicht mehr zu trennen, weil ich meine, das ist so alles und ein. Und dann gehe ich, das muss man doch öfter machen, Zug warten und dann setze ich mich in der Nähe oder stelle ich mich in der Nähe von diesen Kreisen, wo man die trennen kann. Also, Restmüll, Papier und selber Sack. Da gibt es ja wirklich Leute, wo ich sage, der ist doch jetzt dreimal drumherum gegangen und nun schmeißt er die Flasche nur doch bei Papier rein. Ist das jetzt Revolution? Der Beginn der Revolution? Oder ist das einfach nur, sind wir so verblödet inzwischen? Ich habe ja wirklich den Eindruck manchmal auch, auf die berühmten, ja, diese Konsumidioten, von denen wir früher immer gesprochen haben. Ich glaube, wir reden nicht mehr darüber, was es hier wirklich gibt. Ich habe natürlich, ich war bereits politisch. Erstmal schon durch meine Flucht und dann habe ich mir gedacht, wo kann man sich hier irgendwie organisieren. Also, SED war kein Parteivorbild, für mich jedenfalls nicht. Und dann habe ich mir sie alle angeguckt, die Parteien. Ich hatte so einen Onkel, der in der Verbindung war, der wollte mich unbedingt in die FDP bringen. Dann auch Verbindung. Es war damals schon schwer, ein Zimmer in Heidelberg zu finden. Dann sagte er, da, Verbindungshaus, da kriegst du gleich ein Zimmer. Dann bin ich hängen geblieben, tatsächlich bei der SPD. Keiner in meiner Familie war jemals in der SPD. Die waren auch nicht irgendwie politisch. Sie waren keine Nazis, sie waren aber auch keine Widerstandskämpfer, meine Eltern, meine Verwandten alle. So, und dann war mein Vater schon in Düsseldorf, als ich den mal besuchte, sagte, der, ich weiß nicht, kam jemand, für den er die Bücher machte. Der war so eine Art Steuerberater geworden. Und das war der SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Düsseldorf-Bilk, mehr so ein Arbeiterbezirk. Und, na, wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, du willst doch nicht mal irgendwie mitkommen. Und dann erzählte er von seinem Ortsverein, damals hieß das alles Ortsverein, Berlin heißt jetzt Abteilung. Und dann sagte er auch, wir haben auch, das ist ein großes Bordell in dem Bereich, wir haben auch zwei Prostituierte, die sind auch Mitglied. Und damals mussten wir, die Kassierer gingen hier hin und mussten immer noch den Beitrag kassieren. Und dann mussten die auch dahin. Und dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Partei, die auch Mitglieder im Bordell hat. Also das fand ich schon mal interessant. Und dann nahm er mich mit zu einer Veranstaltung mit Erler, Fritz Erler. Große Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, Donnerwetter, und das, was der da so redete, das hat mich überzeugt. Und dann haben sie leichtsinnigerweise eine Diskussion anschließend angesetzt. Und dann kam der ganze Wahnsinn, der Bevölkerung wieder raus, irgendjemand, der Kriegsschwerkriegsbeschädigte, brüllte dauernd seine, was weiß ich, Feldpostnummer ins Mikrofon. Und dann sagte ich, jetzt hat der Mann so einen tollen Vortrag gehalten. Und ich bin wirklich, also gehe, religiös gesprochen fast, erweckt hier raus. Und jetzt kommt die Bevölkerung, jetzt meint die alles wieder kaputt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist offenbar Politik. Und das ist die Mühe der Ebene. Und das ist dann, wie Günter Grass, als er mal hier war, was sich dann an Neckarzeitung, glaube ich, diktiert. Ja, der Grass-Steck und ich, wir sind Sisyphusse. Wir wälzen den Stein immer wieder hoch, wissend, dass er wieder zurückrollt. Und ja, dabei nicht zu resignieren und dabei nicht zum Zyniker zu werden, das waren immer meine großen, sagen wir mal, Rutsorgen. Sie haben, glaube ich, immer noch gesagt, Sie sind aber kein 68er. Nein, ich bin kein 68er, ich bin nicht der typische 68er. Sondern ich war, wie gesagt, acht Jahre in der SPD. Das war für die jungen Revolutionäre, eine reaktionäre Partei, Arbeiterverräter, wie oft hat man das gehört. Und ich war ein bürgerlicher Künstler. Also, ich war ja damals auch keine Kunst. Zwei rote Tücher für ihr. Eine freundliche Zeit, nein, nein, das war ja gar nicht. Sondern die liebten die koreanischen und chinesischen Holzschnitte. Das war fast kunstfeindliche Zeit. Und ein Ereignis noch, eines Tages kam der Hausmeister von dem alten Uni zu mir. Er sagte, Sie sind doch der mit den Plakaten hier, irgendwie, habe ich gesehen. Er machte für den AStA auch Plakate, für Studentenparlamentswahlen. Und machte sie immer so, dass ich, wenn ich den Text weglies, dann noch eine Postkarte hatte. Oder ein Plakat hatte, wenn ich einfach, wofür es war, so angelegt. So, und der kam zu mir und sagte, wir haben hier im Keller ein großes Plakatarchiv, ein historisches Plakatarchiv. Und irgendjemand hat das Schloss geknackt und die Studenten bedienen sich aus diesem Archiv und schleppen das dann, weiß nicht, ins AStA mit rüber oder nehmen es mit nach Hause, um ihre Studentenbude. Das sind aber historisch wertvolle Plakate. Und er habe gesagt, das darf nicht wahr sein. Der Hausmeister, der Hausmeister hat mehr historische Verantwortung als die ganzen Studenten, also die doch meinen, sie müssten also die Welt neu erfinden. Sag mal, nochmal zu 68. Der Ansatz war richtig, die Eltern zu befragen, was habt ihr gemacht, warum habt ihr verdrängt. Warum haben die Heidelberger Bürgermeister, den Oberbürgermeister Neinhaus, den Nazi-Bürgermeister, wieder mit absoluter Mehrheit gewählt. Diese Frage, ihr Professoren, was habt ihr gemacht, warum habt ihr, also, ja, wieso war Glopke plötzlich, der Rassengesetze kommentiert hatte, wie war der, die rechte Hand von Adenauer geworden, Felbinger, wie, all diese Geschichten. Das war richtig, irgendwie. Dann aber gab es eben diese, wie alles denn irgendwie, ja, wahnsinnig wird, sag ich in dem alten Falle, wirklich so, der KBW, der hierher mitgegründet wurde. Ja, die dann, ja, die Sitzung macht in der neuen Aula und wenn, krachvoll, irgendwie Resolutionen. Und dann habe ich gesagt, naja, die Resolutionen, hoffen sie, dass sie morgen in der Renecker-Zeitung stehen, die sich als die Reaktionäre Zeitung beschimpfen. Wie läuft denn das? Und, äh, also, dann war mal eine Abstimmung holend schiefgelaufen, da sagte jemand, hier herrscht das falsche Bewusstsein, diese Abstimmung gilt nicht. Das ist doch toll. Und dann war immer einer, der, ich bin da oft hingegangen, deswegen, wie weit treiben die das eigentlich hier? Ich weiß nicht, wo so der Parier, der da gar nicht mehr ernst genommen wurde, eben als Außenseiter, auch ein bisschen politisch, da meint er im Endeffekt. Weil ich immer gesagt habe, so, ich habe ja neben Leuten gesessen, die im KZ waren, als Arbeiter, was redet immer von, da haben die gesagt, nicht deine, deine Arbeiter, weiß ich noch. Die gesagt haben, es geht um das Arbeiterbild, das Revolutionäre, was, also, der da hinkommen, erst Sonne, da kannst du aber lange warten, bis die da hinkommen. Und dann hatte ich gesagt, du, die alle dann mal zu Dung schätzen so, und Pol Pot, sag ich mir, du, die Heidelberger Bürger, die wollen überall hin, da bin ich ziemlich sicher. Notfalls Teneriffa, oder ganz alle, auch mal Amerika, aber auch zu den Malediven, aber die wollen nie zu Pol Pot. Und da bin ich sicher, insofern habe ich das auch so an mir abtropfen lassen, wenn man so will. Obwohl, das war bösartig, die haben ja auch schon sehr angegriffen, ausgelacht, das ist ja das Schlimmste, in der Auskultur mit seinen Arbeitern. Naja, und dann, wie gesagt, der Schmierer, so hieß der Mann, glaube ich, der das hier mitgegründet hat, den KBW, das war die übelste politische Sekte. Und ich habe gehört, Herr Kretschmann, habe ich gehört, gehörte der auch wohl an. Nun kann man sagen, was für ein großartiges Resozialisierungsprogramm. Also besser geht es doch gar nicht, dass jemand vom KBW zum Ministerpräsidenten wird. Und der ist doch besser als jeder CDU-Mann in Wahrheit. Der ist doch, steckt die doch in die Tasche. Was der für Politik macht, da kann die CDU nicht mithalten. Und was ich den Leuten vorwerfe, irgendwie so auch, kennen Sie ja fast alle persönlich danach ja auch, als ich was das Feind bin. Sie kennen den Zweifel nicht. Das sind für mich auch so Korkenmenschen, die immer oben schwimmen, die immer, Opportunismus ist auch ein falsches Wort dafür, aber die immer, die haben immer Recht. Die sind immer, egal was sie machen, sie sind zum Beispiel dieser eine da, dieser Joshua Schmier, der saß irgendwann unter Herrn Fischer, der genau so ein Typ ist, der wohl mal gesagt hat, er möchte nicht von seinem Fahrer im Dienstwagen angesprochen werden, die da gar keine Probleme mit haben, Schleinerwerfer und dann Minister sind. Meinen Sie Jofka? Ja, die überhaupt keine Probleme haben. Die sind immer eben der Herrschaftstyp, obwohl sie ja den Herrschaften angeblich abschaffen wollten. Das war dann etwas, wo ich sage, nein, damit habe ich nichts zu tun und deshalb, ich bin gerade bei einer Kolumne zu überlegen, ob ich nicht mal noch zu 68 jetzt was schreibe. Dieser Mythos, der da herrscht. Sie haben sich an die Schwachen herangemacht. Hier in Heidelberg, also an einem konkreten Ort, konnte man es sehr gut sehen. Also sie haben den armen Topic gequält, Soziologie-Professor, wenn meine Frau studiert hat. Und sie haben sich nicht herangemacht an Graumann, wo sie behaupteten, das sei ein alter Nazi, das ist sowieso vergeblich. Aber den armen Topic, der mit seiner Mutter zusammenlebte und wo sie die Go-Ins machten, denen sie bis zum Weißglut gemacht haben, der dann irgendwie das Handtuch warf und wegging. Kurz vorm Abitur nehme ich mich da nur mühsam, auch vorbereitet und alles. Ich muss hier durch und hatte fest vor, in den Westen zu gehen, weil ich wusste, hier werde ich nie mehr was. Ich hatte durch Zufall gehört, also mich beworben für Architektur unter anderem. Und da hatte ich dann die Tür offen, als sie meine politische Beurteilung vorlade, die der auf die J-Sekretär offenbar für alle Schüler macht. Und der las da Dinge vor, wo ich sage, was ich alles gemacht habe. Beim Rühmen verziehen hat er das und das gerufen. Und der ist völlig politisch unzuverlässig. Und da habe ich gesagt, hier brauchst du gar nicht mehr reingehen. Das ist gelaufen. Dann habe ich mir gedacht, nein, du gehst trotzdem rein. Und man wusste doch, was man sagen sollte. Man wusste, von Picasso wurde einem was irgendwie Abstraktes vorgelegt, das sollte man schlecht finden. Und dann habe ich gesagt, nein, also das ist wahrscheinlich von Picasso hier, ich finde das gut, weil ich nicht einsehe, warum ich die Friedenstaube und das Weltjugendfestspielplakat wir alle gut finden sollen. Und das sollen wir ignorieren natürlich. Und so ging das immer weiter. Dann, was kennen Sie denn für Städte? Da haben wir gesagt, ja, ich war schon mal in Paris und in Brüssel. Das war alles illegal, das durfte man natürlich nicht sagen. Das war möglich, vor der Mauer war das alles. Und also, ich hatte mich im Kopf und Kragen geredet und es war klar, der Rektor, der ein alter Nazi immer in der Bitterfelder Schule und dann, was auch wieder sagte, also das ist abgelehnt worden. Aber ich werde dafür sorgen noch, dass Sie eine Maurerlehre machen können und dann hier nochmal bewerben. Wie gesagt, gucken Sie meine Hände an. Ich habe großen Respekt vor dem Mauergewerbe, vor dem Handwerk. Aber ich werde sicher nie ein guter Maurer. Ich will das zwar machen als Bewährungszeit, als Hilfsarbeiter für eine Weile. Und ja, dann bin ich weggegangen. Und dann sagte mir noch vorher jemand, vor dem Abitur, weißt du, hier war eine Besprechung mit dem Rektor und noch zwei, drei anderen. Das war die FDJ-Sekretärin, die ich kannte aus meiner Klasse. Der Rektor hat gesagt, mit solchen Kanalien wie dem Steck und noch einem anderen können wir nie eine Volksarmee aufbauen. Das war damals gerade in der Zeit. Da wurde man aus der Schulstunde runtergeholt. Und da saßen irgendwie ein Rektorrat, zwei Soldaten, Militärs, Offiziere oder was, die sollten uns abbringen, dass wir uns freiwillig für die Volksarmee verpflichten. Und ich hatte mich mit zwei, drei Freunden gesagt, du, also wir bleiben hart, egal was die mit uns machen, was die drohen. Wir werden uns nicht verpflichten. Und da hatte der eben darauf hingelacht, mit solchen Kanalien, wird man nie hier eine Volksarmee aufbauen können. Und ein kleiner Schweinehund, der hatte sich freiwillig gemeldet, der kriegt sein Abitur dann mit einer Lässigmedaille, also noch eine Eins geschenkt. Aber ich habe gesagt, wir machen hier. Gut, also ich wusste, ich weiß, was Opportunismus bedeutet. Sehr früh kennengelernt. So, dann habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie, wenn der mich als Kanalien bezeichnet, bin ich meinem Klassenlehrer, habe ich gesagt, also der hatte mal die FDJ mitbegründet, der stand hinter uns. Also ich möchte an eine andere Schule versetzt werden. Und ich sage, was ist denn mit dir los? Also, ich weiß nicht, vier Wochen vorm Abitur. Ich sage, DDR ist das Tolle, ist wirklich das Tolle. Hier wird doch alles das Gleiche gelehrt. Und in allen Schulstunden gibt es dasselbe. Unterricht in jeder Jahrgang. Da kann ich doch ohne Probleme, denn wenn der Rektor so eine Meinung von mir mich als Kanalien bezeichnet, wie will ich denn hier Abitur machen an dieser Schule? Ich will aber Abitur machen. Und dann geht das Räderwerk in Gang. Der hat das natürlich dem Rektor gesagt. Der Steck, der läuft jetzt am Mock offenbar. Der will, der stört jetzt hier das System. Der will woanders hin. Und er hat doch möglicherweise gute Gründe. Wollen wir öffentlich werden, dass Sie, Herr Rektor, ihn als Kanalien bezeichnet haben? Also, was macht der Direktor? Der ging zum ersten Mal in das Geschäft meiner Mutter und kauft ein Kaffeeservice. Man wird sagen, sag mal, dein Rektor war heute hier. Ich weiß gar nicht. Der war noch nie in meinem Laden. Halt also ein Keil. Aber er sagt, aha, so ist das. Also, der kriegt jetzt die Muffe. Der hat Angst, dass jetzt das öffentlich wird und er Probleme kriegt. Was ist an deiner Schule los? Das war ja noch nie vorgekommen, dass da einer die Schule wechseln will vom Abitur. Aber so, und dann ging das aber weiter. Und die ganze Perfidie an einem Beispiel mal der DDR auch zu erläutern. Dann gab es damals noch den Fahnenappell jeden Morgen. Dann waren wir alle da. Karree, die Fahne, einer zog die Fahne hoch, DDR-Fahne. Und dann wurden die Belobigungen und die Tadel vorgelesen. Also der Schüler so und so, und damals gesiezt dann auch noch, hat das und das gemacht. Wurde auf der Fahrt nach West-Berlin erwischt, wie er, wir sagten das damals, Sambalatschen, diese wunderbaren Krebsschuhe, gekauft hat. Und dann machten, oh. Also es war mehr so erheiternd über dieses. Wir wussten doch, es war doch auch ein abgekartetes Spiel. Die Rollen waren verteilt. Und keiner hat es noch richtig ernst eigentlich. Aber was wurde dann hin und wieder eben ernst? Und dann kriegte ich plötzlich eine Belobigung für gute Arbeit an der WAN-Zeitung. Auch noch. Nicht bloß Kaffee-Service. Und jetzt tat aber Folgendes ein, dass meine Freunde, Sambal sagten, die wussten, du hast doch gar nichts gemacht an der WAN-Zeitung. Was hast du, was für einen Deal hast du gemacht? Was bist du, bist du uns in den Rücken gefallen? Jetzt drohte ich dir auf einmal zu verlieren. Die waren misstrauisch geworden. Also sie hatten, ich saß zwischen allen Stühlen auf einmal. Und dann dachte ich, verdammt nochmal, wie kommt man aus dieser Rolle wieder raus hier irgendwie? Na irgendwie ist mir gelungen, ob es wirklich mir gelungen ist, weiß ich bis heute nicht, dass sie mir dann geglaubt haben, dass ich nichts, sondern sagen, das ist das System hier, was das macht. Der hat Schiss und will jetzt irgendwie mich besänftigen, dass ich jetzt ruhig bin und nicht weitermache, weil er dann Ärger kriegt. Und das kann man jetzt auf etwa sechs, acht solche Geschichten hier, die ich dann erlebt habe, übertragen, wo man dann, ja, auch dann doch Sand im Getriebe sein kann. Und wenn es wohl das kleine Körnchen ist, immer wieder, sagen wir mal, nicht tollkühn werden, was ich manchmal vielleicht sogar war. Und die letzte Frage, wie ich also wirklich auch, sagen wir mal, mich befreit habe aus dem Bitterfelder, aus der Enge, nennen wir es mal so einfach auch. Meine Großmutter waren neun Geschwister. Mein Urgroßvater war Hufschmied, in Holzweißig bei Bitterfeld. Und die neun Geschwister, wenn ich meine Großmutter fragte, die die älteste war, wer sind die eigentlich, die neun? Ich kam immer nur auf acht. Da wusste ich noch einen neunten, ja, über den wird nicht geredet. Der war das schwarze Schaf. Und irgendwann hat mir einer mal gesagt, na ja, das ist Onkel Arthur. Ich sage, was ist denn mit Onkel Arthur? Ja, der lebt in Doberschütz, weil er ein Stückchen weg ist, bei Torgau. Und den würde ich gar nicht kennenlernen. Wer ist denn das? Warum ist der das schwarze Schaf? Ja, der war im Ersten Weltkrieg Flieger. Und die Geschwister wollten gerne mit dem Dorf da, mit dem angeben. Und der hat nie einen Orden mitgebracht. Und dann haben sie gesagt, der ist vielleicht gar kein Flieger. Flieger müssen doch irgendwie... Und dann haben sie wohl irgendwie, als sie den Reformrock ausgebürstet haben, in einer Tasche, behaupten sie, so ungefähr alles gefunden, was man so in Auszeichnung haben kann, an Kreuzen und so. Und dann war der jetzt in den Verruf geraten für sie, weil sie gesagt haben, der gönnt uns das nicht. Der war offenbar kein Militarist, sondern hat das genommen, ja, notwendig. Und das haben sie ihm übergenommen. Und mit dem Tag wollten sie nichts mehr mit dem zu tun. Dann kam er zurück aus dem Kriege, hatte auch noch eine Ledergarnitur gekauft. Dann haben sie gesagt, jetzt will er endgültig von uns nichts mehr zu tun. Und dann ging das weiter. Und dann zog er da nach Doverschütz und war wirklich dann ein bisschen exotisch geworden, weil er einen von der 9-Kilometer-Zone damals gab es doch mal, wo die Leute ausziehen mussten, an der Grenze, die einen 9-Kilometer-Strahl. Und ausgerechnet eher Onkel Arthur hat in Doverschütz eine Familie reingekriegt, als Protest, dass er, wunderbar, er wohnte unten, einzelne Personen, die oben, hat er kein Licht mehr gebrannt, einen Unterzähler machen können, aus Protesten, aber wen trifft der Protest? Dann hatte er mal einen Horch gekauft, weil der DDR produzierte mal diesen großen, wunderbaren Horch. Den hat er gekauft und war aber in Doverschütz zweimal oder dreimal um den Dorfteich damit gefahren und hat ihn eine Stunde nie mehr benutzt. Dann haben wir gesagt, wenn man wusste, was in der DDR ein Auto bedeutet, die haben die Babys angemeldet, damit sie später ein Anrecht hatten. Also er war schon sonderbar geworden. Und irgendwie, und trotzdem war ich da, wie hat der das geschafft? Ich komme aus so einer Sofa-Klick-Familie. Also so, der Knickler. Otto Sonder. Ja. Das ist mein, es gibt ein paar Karten, Ordnung muss sein von mir. So, und dann habe ich gesagt, wie schafft der das? Und es gibt jetzt eine Sendung des SWR, der Herr, der hat ja mal die Büchersendung gemacht, wie heißt der der? Scheck. Scheck. Dennis Scheck hat mir geschrieben, da gibt es wo man, seine drei Lebensbücher. Und eines wird mit Onkel Arthur zu tun haben, als ich konformiert wurde. Also die Familie hat nach wie vor Onkel Oswin wurde als Emissär, damit er nicht verkommt. Und ich hatte ihn bestochen, mal mich mitzunehmen, deshalb bin ich überhaupt da hingekommen. Und irgendwie hat er herausgekriegt, wann ich konformiert wurde. Und plötzlich hielt es, da ist draußen einer an der Tür, den meistens keiner kennt ihn. Wer ist das? Und dann wird irgendeiner sein, der hier zur Konformationsfeier will, die ganze Verwandtschaft. Wie kann man sich vorstellen, neun Geschwister und die alle Kinder und die wieder Kinder, also es waren immer Riesenfeste. Und da ist einer. Und dann plötzlich auf einmal hieß, ich sage, es ist einer mit 20-Jahre-Mantel, mitsamt Besatz, also ich hatte eine tolle Erscheinung. Onkel Arthur kam plötzlich zur Konformation. Er wollte mir zur Konformation kommen, weil er gemerkt hatte, zwischen uns hat was stattgefunden, wirklich was stattgefunden, wenn wir nur einmal gesehen haben. und schenkte mir ein Buch von Grimmelshausen, Die Landstreicher und der Springensfeld. Und das ist so ein bisschen ein früher Porno eigentlich. Und er wusste genau, wem er das schenkt. Ein Simplizismus kennt jeder, aber das kennt keiner. Nein, das ist ein Nebenwerk eigentlich. Und er hat sich lange überlegt, was gebe ich dem? Der ist anders. Und ich wusste, ich brauchte einen, der es für mich geschafft hatte, aus diesem, nicht Zwangsverband, wieder zu hart das Wort, aber dieser selbstgewählten Isolation, Familienisolation, auszubrechen. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020